Die Welt sinkt in Corona-Magnet. Die ganze Welt? Nein! Captain Future und die Friedensparade sehen durch die Hoax und resisten. Sie sind fröhlich, frech, provozierend, aber immer friedlich. If I'm not exactly Captain Future, my name is Michael. I am 44 years old, a programmer by profession, interested in music and am actually rather the shy reserve pride. Für jeden, der sich hier heute nicht impfen lässt, gibt es heute eine Zimtschnecke gratis. Niederland! Niederland! Spahn erhöre uns. Söder erhöre uns. Thorsten erhöre uns. Ja, wir sind hier im Wald. Das ist das Problem, dass keiner begreift, dass wir mitten im Wald sind. Das tut mir leid. Das euer allergrößter Verdienst einfach der ist, dass ihr so viel Hoffnung gebt. Und nicht nur Hoffnung, also es gibt ganz viele, die sich engagieren. Aber ihr macht das mit so viel Vergnügen. Also ich zehre davon sehr. Vielen Dank. Es gibt keine Evidenz für die ganze Scheiße. Es gibt keine Evidenz. Es gibt keine Evidenz.